Hey, was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Rocket League. Wir spielen Chaos 4 gegen 4 und mit am Start ist der Floyd Fuchs, der Blackroxa und der Jan, der nicht im TS ist. Also euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, hallo. Ja, Alter, wie die Ram. Chaos ist echt die Hölle. Ja, vor allem dieser Ram, der geht die ganze Zeit auf den Piss. Nein, noch so bin ich dumm. Boah, ey, die, ne? Jawohl, Tor. 1-0. Schön gemacht, ey. Ach, schade. Ah, da rammt der mich, ey. Und er rappt mich nochmal. Er war so schön. Geht nicht mehr, ey. Weg damit. Fuck you, Ram. Bei mir rammt immer dieser geißer Lama. Aber Lama. Guck, wie dieser Lama nur den, 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 den Florian hinterher geht. Ich glaube, da denkt sie auch so, ich brauche nix. Ich muss hier rammt. Ach, warum hätte er mich nicht geraubt, ey. Richtig dicht. Kein Boost. Kein Boost mehr gehabt, schade. Oh, sorry. Da, schon wieder. Nur am rammen und zerstören, Alter. Das sind doch keine Spieler, Alter. Da war das Tor und habe ich nicht aufgepasst. Ah, eins, eins. Ich bin hinten. Guck mal an! Da treib ich mich jetzt. Leck mich, leck mich. Arsch, Arsch. Alter, ey. Ich bin vorne auf den Piss. Weg damit. Boah, danke. Jawoll. Schön reingemacht, ey. Guck dir an, ey. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hier rechts. Ach, schade. Ach, schade. Ach, man. Wie der ist wütend rammt die ganze Zeit. Ist doch lächerlich. Kein Day. Ja, deswegen, mach das ja, hab ich ja schon gesagt. Das Gesicht schön mit Schraube noch. BAM! BAM! Ich glaube, wie schlecht ich den hier auch vorgelegt habe. Aber ich war mit dem Platz. Oder Schuss? Ja. Vorher zu voll. Weg gegen den Wegen. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Nein, ich weiß ja nichts, können sie außer losen. Diese Rammer, ey, wie ich sie hasse. Einen nach dem anderen weg. Vielleicht die wegsprechen. Mit dem, mit dem Dings. Mit dem, äh, diesen Trick, das ist nicht cool. Was bist du gibt? Hopp! Ja. Wow, wow. Dieb, dieb! Dieb, dieb! Dieb, dieb! Dieb, dieb! Gut, ich war noch nichts mehr, ne? Was für eine Parade, ey. Und schon wieder gespringt. Kalten Planken. War nichts anderes. Aber nein. Nein. Oh, 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 der ist los. Oh, das war ein Eigentor. Neu, da, 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 da. Dieb ich einfach schon wieder gekillert. Hat die die Explosion grad gemerkt? Ja, was wir ja gesehen. Ich mach dir voll Kraut und Rüben hier Gewonnen ist gewonnen auf zur nächsten Runde Wollen wir schon wieder gegen den? Ja Klar, schon der Ergon Benni? Was? Hi Hab ich? Jo Boah, ich glaub's jetzt nicht Na, ich find's gut Ah, schade Boah, schön im Dunkeln hier Davor kommen auch die, ähm, die, ähm, 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 weißt ja So schön, unten machen rein Jawoll Das machen sie platt, ey Nur umgestickert, ey Scheiß rum, ihr Gämmel da, ne Scheiß rum, ihr Gämmel da, ne Scheiß rum, ihr Gämmel da, ne Scheiß gekämmel, ey Äh, ich bin hinten Ja, Jan ist nicht mit dem Test Ne Oh, cool, ey Akku, ne Matata Guck mal rein, ach, schade Das sieht von Weitem immer so passig aus, ey Oh Schön Für das Taxi von Dienst Wer braucht ein Taxi Ja, wer kommt die Land? Der Land Guck, und am Balkan hat nix Oh, voll weg, wie fair war die Pille, ey Aber diesen Lappen hab ich das Nein Hör doch auf zu rammen, du Schnulli Hör doch auf zu rammen, du Schnulli Oh ja, kann das nix Glaublich, irgendwie ist der Profi geworden Der war Profi Keine Ahnung, steht nicht Fuck Fick damit Nö, 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 nö Nö, nö Am Arsch Wer kommt? Nein, ich bin vorbei Och, guck, schon wieder Ey, das gibt's so nix Schlecht Schlecht muss man sein, um sowas die ganze Zeit zu machen Ach, fuck man Ach, schade, der hätte ich zugucken, nein machen können Nö, was mach ich? Ach komm, jetzt geht ja Ach komm, jetzt geht ja Ja, super Oh, wieder vorbei, Alter, ich versteh das nicht Ich versteh das nicht Oh, ich weiß nicht, ob ich bin Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Arsch Tor! Und schon wieder hat mich einer gespringt. Wie schlecht sind die hier? Ja ja. Schön mit der Kochmütze, ne? Das ist einfach nur im Dienst. Das ist der Taxifahrer. Ach mann. Oh, schau. Hopp! Geht er da mal! Ich hätte einfach nur die ganze Zeit rammeln können, ey. Oh Mann, ey. Boah. Schick mir der Piddle. Der Piddle. Der Piddle. Der Piddle. Mann, wie ihr mich schon wieder zerstören wollte. Dieser Lach. Da haben wir sie schon wieder zerstört. Die haben keinen Ton in Lach. jawohl und gewonnen 2 0 so noch irgendwelche fragen und ich bin 25 auf und runde 3 die meisten punkte nur weil er die ganze zeit geräumt hat und es gehört ja ein bisschen dazu aber nur jetzt haben wir erst mal training's area es gibt einen kleinen cut wenn es so lange dauert und da geht es so weiter ich stehe hinten dann werden hier gleich viele leute durch die gegend fliegen habe ich das gefühl muss ja bald ich habe ihn nicht mehr gekriegt war wieder nur ein millimeter hier jetzt da da war ich noch zack und weg wenn wir da experten bei haben das wird richtig anstrengend wird das mensch das war mein fehler ich wollte da weg ich wollte da weg kicken konzentrieren auch egal können sie schaffen ist unmöglich mit langer nicht zu sagen sie sind einfach nur spielzeichen aber was mache ich denn wenn man den falschen knöpfe drücken nicht aus ich muss genau so wieder na 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 jawoll janni achso ich will dir jetzt erstmal ein tool machen auf geht´s Janni schieß Ein tor ich hab so ne trockene kehle trink doch was ich hab immer wieder drücken ich hab immer wieder drücken ich hab jetzt Bier trinken wie hab ich jetzt? Pizza Pizza kann man schon noch ein Bier sein ja 17er 15er und ich hab das Essen und die Sachen von einem Bier glaube ich Waaat ah fahrde wo ist das? hab ich nicht mehr mitgeboxt wo ist das? wow wir hatten den aus der Luft genommen Blackroxxer das muss ich echt noch mal üben dieses Ball in den Luftschrank nehmen cool der war ja noch mit der Beste Männer klappt ja schon den komischen Dosieren immer wieder zurückfall so ein Glücksschuss Schüsschen kommt ach nee falsch das ist echt auch wieder üben ja voll können wir eigentlich dafür dass Experten mit Spiel gut in Schach halten ja das könnte ich mal so Experten sein nur weil sie Profi sind Spiele doch schon Profi oder nicht ich bin Profi ja aber Experte ist noch mal höher und dann musst du schon nicht nur lange spielen du musst auch Punkte machen um das zu erreichen das machst du halt durch Tore Florian es kommt jetzt kommt jetzt habt ihr Profi dann kommt Veteran da kommt Experten dann kommt weiß dann blicken ah ok legen der also ok das ist dann schon drin und dann progetier ist das höchste aber ich werde das mal zu tun man klappt auch nix heute und wir trinken bei wer halten sie gerade hab ich schon in der Kiste warte ne Kiste Bier soll ich trinken nein wir halten sie in der Kiste oh man nein alles alles ist frei nein ach man ich bin eh komm ja Experte Max We go Ron 0 0 0 0 0 0 0 all die Pilleleck 0 0 0 0 Das sind die Luftkünstler, ne? Da kommt er wieder, ganz von hinten, ne? Da kommt er wieder, ganz von hinten, ne? Schön gemacht. Geil, hast doch voll Spaß, ey. Das wär zu krass. Komm, Florian, dein Einsatz! Ne, das schau ich nicht mehr. Boah, schade. Schade. Schönes Spiel auch mal gegen Profis und Experten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und tschau. Dürft ruhig schüßern. Was? Hahaha. Hahahaha. 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 Hähem. 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 Vielen Dank.